Hast du den neuen Sack getan? Darf ich ihn gleich ausprobieren? Komm, gib mir den mal. Ah, wow. Cool. Mega schön. Ein kleiner als der Alt. Ja, so handlich. Hey, den muss ich jetzt aber unbedingt ausprobieren. Sack unter. Da musste ich ja nie mehr knuschen. Oh, das geht ein Ring. Oh, und leicht ist er auch noch. Darf ich den gleich behalten? Den will ich jetzt aber gleich behalten.